In der 60er und 70er Klasse, also in der Institution 60, haben wir auch zwei Gruppen, auch getrennte Wertungen für die 60er, 65er, 70er. Da haben wir in der Gruppe 1 den Helmut Riedl, den Luli Stuber und den Werner Werdner. In der Gruppe 2 haben wir den Uli Hütten, den Reinhard Steinbrecher und den Manfred Fuchs. So, ist noch jemand da, den ich nicht aufgucken habe? Falsche Eindruckieren gibt es nicht. Okay, dann haben wir alle. Dann würde ich sagen, den fangen wir an. Tisch 1 ist da vorne, Tisch 6 ist da hinten. Nicht unter, irgendwo zerschalen, Tisch 7 ist es gespürt.